naja clean was das nicht gerade schön dafür lohnt es sich nach draußen zu gehen ich hasse den gestank in der stadt warum fragst du will nicht nach einem dieser raum sprays wenn sie nicht abgelaufen wäre wäre das eine idee oh ja hier kann sie einsteigen hier zu sehen beziehungsweise nichts zu holen deswegen gehe ich mal hier direkt weiter und mach mal hier die taschen ab an was doch ein bisschen dunkel ist finde ich gab es hier noch etwas verdammt das brett ist weg ich soll es holen ich soll es auch wärst du so nett bitte ich hole es hier ist das brett muss ich dann einmal daran lehnen beziehungsweise daran stellen und einmal platzieren das ist ganz schön schwer ich werde das schon schaffen ok das ist nur ein brett Joel das ist nur ein brett so schwer sind die nicht so einmal hier hoch aber damit kann man nicht gut weil die so groß sind ich denke nicht gut handhaben bring deinen Arsch hoch dann los weil die sehr groß sehr hoch sind halt den Schwerpunkt halt verändern oh da liegt was ich hab's gesehen etwas Energie oh etwas Energie und schlag weg ok kann ich nicht runterspringen also das ist idiotensicher nochmal gibt's hier aber lass uns nachsehen ob hier Soldaten sind alles klar komm hier geht's nochmal hoch hier geht's nochmal rüber wollen wir mal gucken irgendwelche Soldaten so ok da liegt nichts mehr mach zu ich will mich jetzt aber noch eben hier umgucken irgendwas aufmachen hier warte mal liegt da was drin nein ok hier liegt hier ist nichts soweit ich sehe nehmen wir die Kugel wir brauchen sie noch ah da ok kann man hier irgendwas aufmachen nicht ok und dann einmal durch hey kleiner Mann schau nach ob die Luft rein ist keine Soldaten keine Männer von Robert ja du weißt dass er uns erwartet na das macht's interessanter los geht's na komm ok komm nicht jetzt Terrence na 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 ist gut nicht hier verstanden ok kann ich machen zieht doch nicht gleich so rum deswegen mach's ruhig kürftchen wie viel Tickets tut mir leid die sind alle vorgestellt hat keine Stunde gedauert komm nächste Woche wieder ok die kommen hier echt sympathisch über anfassen heißt kaufen ja kommt noch was na ja ich glaub der eine ist K.O. ok gehen wir mal hier weiter und what the fuck was war das ich suche Robert war er hier vor einer halben Stunde er ist zurück zum Kai da ist er jetzt ok kann ich hier weiter und mal gucken hier sind ein paar Schlafplätze aber look for the light gehen wir hier lang los geht's lasst uns durch dreht um und geht zurück wenn ihr wisst was gut für euch ist es geht nicht um euch wir wollen nur Robert macht euch locker kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht ich gehe nirgendwo hin ohne Robert Mischstück ich mach dich kalt wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst scheiß drauf in Deckung bereit ja ich gebe Deckung Ziel auf sie breiter könnte ich nicht sein dafür wirst du bezahlt nein nein nee muss nachladen hier ist er tot nein ok das war das waren ehrlich gute Schüsse Dankeschön du auch muss ich ehrlich mal sagen das war noch wo hat er die ganzen Leute her Schüsse von hier was Robert perfekt beherrscht sind leere Versprechungen machen wir dem ein Ende ok wir müssen hier hoch Tess ok gut automatisierte Person only nein nur ok hier hoch hop ich finde es immer noch richtig hart wie die einfach so Joel mit ja 80 Kilo denke ich mal oder 90 einfach so mit einer Hand hochziehen kann ja auch ein bisschen cool hier haben wir ein paar Paletten ich muss die ganze Zeit gehen das ist voll für den Arsch ich weiß nicht warum sieht es aus wenn es hier gleich nochmal einen Kampf gibt aber und mal gucken weiß ich gerade gar nicht mehr von Roberts Leuten ja ich sehe sie zwei von uns hat es erwischt als sie Tess jagten ich bin sicher dass sie und Joel hierher unterwegs sind jetzt wegen Robert scheiße hätten wir den Job mal abgelehnt was soll man machen überprüfen wir alles nicht dass hier wer rumschleicht ok schnell und leise natürlich die machen ja und leise wo ist noch einer wow wow den habe ich gar nicht gesehen den Mistkerl ach komm ich verprügel den mit dir und oh Schlüssel Lagos Schlüssel drüben schauen wir uns um lesen Lagos Schlüssel ok ist hier noch irgendeine Munition ob es greifen nicht ok gehen wir hier durch hier noch eine Munition abzugreifen nicht hier ja war über wie gesagt ich mache es die ganze Zeit gerne ich weiß nicht warum ich bin gar nicht müde oder so hier ist glaube ich gar nichts mehr abzugreifen doch 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 da etwas zum heilen dann gehen wir mal direkt hier durch würde ich sagen wie die Munition können sie hey wir haben die Hüsten im Zykler da gebracht und alles verriegelt gut wenn wir noch eine Runde und gehen kann es ist gleich Sparstunde was ist mit Robert bei wem kriegt er heute unter er macht sich ins Hemd wenn er allein hier bleibt was weiß ich denn wir reden mit den anderen wir finden schon was ok ok jetzt muss ich die beiden hier weglocken beziehungsweise den schalte ich leise aus beziehungsweise den hab ich leise ausgeschaltet fantastisch und jetzt bin ich ein bisschen am Arsch weil er mich natürlich gesehen hat wo ist der andere Wichser jo 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 boah hier sind Schlechter nein ok 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 hallo irgendjemand Farbe noch mehr Farbe tut nee ok ich versuch den irgendwie anders auszuschalten ganz stealth wir versuchen den kaputt zu schlagen ich glaube eine gute Taktik so schon ja ah ii wir bräuchten hier mehr Leute sie wären nur im Weg ja Messer ein Messer ist eine lautlose Waffe mit denen du Gegner schneller und geräuschlos ausschalten kannst als mit der Wügel schlechte ich von hinten an ein Gegner an Messer zu benutzen die Verwendung von Messern ist eingeschränkt wenn sie abgenutzt sind zerbrechen sie verbessere ihre Haltbarkeit indem du sie in Trainingsbüchern findest das stimmt ok los zu den Docks geht's hier lang ok hatten wir so eine Flasche und ein Medipack beides hab ich auch noch nein gehen das nochmal nein 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 ahja so kann ich halt Flasche ausrüsten oder was auch immer muss ich mir merken im Steuerkreuz ist nicht schwer zu merken aber ich vergesse es oft und er steckt sich die einfach in der Internosentasche die Frasche mach ich auch nix da ist er dieser eingebildete Mistkerl bringen wir es hinter uns ok dann bringen wir es mal direkt hinter uns wie er gerade gesagt hat ähm ok ich mach es jetzt lautlos beziehungsweise ich versuch's lautlos deswegen einmal hierüber klug vorgehen ok ist hier nur irgendjemand hier hier ist auf jeden Fall ein Schläger aber das ist ein Zielstein aber schnauzt Sandy kann ich hier hoch nein kann ich nicht ich versuch mein Glück lieber hier ok einmal hierüber nee einmal die Brutschlange für laut nee so komm nee Hilfe 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 hier hab ich ein Messer das war das war cool das war ein bisschen Action ok kein Ziegelstein damit kann ich schlagen cool gehen die Ziegelsteine auch kaputt nee das ist cool oh hi doch die Ziegelsteine aber die gehen nicht zu schnell nee ok wir haben ein paar Ziegelsteine hier das ist cool das ist echt cool ist noch eine andere Waffe oder so irgendwie Munition oh da gab es was der gab ich vielleicht da gab es was ok ich nehme lieber den Ziegelstein mit wo ich damit schlagen kann ähm hier ist noch eine Flasche hier ist sonst nichts bestimmt ist der da drin oh gehen wir schlag das Medipack ok und einmal zu Robert Robert und hier zurück zurück verdammt wir wollen nur reden Robert es gibt verdammt noch mal nichts zu reden nimm die Knarre runter haut endlich ab er haut ab rüchte dich Robert so Robert warte jetzt wie war das jetzt ok und hallo Robert Tess Joel ihr nehmt's mir nicht übel oder warum auch ok scheiße verdammt hab dich vermisst hör zu was ihr immer hier gehört habt das stimmt nicht ok ich will damit nur sagen die Waffen willst du uns sagen wo sie sind ja klar aber es ist kompliziert ok hör zu lasst mich einfach rausreden ok fuck stopp 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 hör auf zu jammern was würdest du sagen ich hab sie verkauft wie bitte ich hatte keine Wahl ich hatte Schulden bei jemandem und zwar bei uns ich würde sagen du hast dich verzockt ich brauch einfach nur mehr Zeit gib mir ne Woche das hätte ich vielleicht wenn du nicht versucht hättest mich umzubringen wer hat die Waffen ich kann nicht gib mir ein paar Tage und ah ah verdammt wer hat unsere Waffen die Fireflies sie sind bei den Fireflies was hör zu sie sind alle so gut wie tot sie können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen wir holen die Waffen und was meint ihr komm schon scheiß auf die Fireflies schnappen wir sie uns das ist ne scheiß Idee und was jetzt wir holen uns unsere Ware zurück wie keine Ahnung wir erklären es ihnen na dann suchen wir die Fireflies da müsst ihr nicht lange suchen bitte sehr Queen Firefly was wollt ihr hier Geschäfte das sieht schlimm aus wo ist Robert ich wollte ihn lebend die Waffen die er euch gegeben hat das waren leider nicht seine ich will sie zurück so läuft das nicht Tess und ob es so läuft ich hab sie bezahlt du willst sie zurück dann musst du sie dir verdienen wie viele Karten willst du dafür haben Lebensmittelkarten sind mir egal ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln ihr macht das und ihr bekommt die Waffen und mehr hast du sie denn überhaupt es heißt das Militär hätte euch fast ausgelöscht ja das stimmt ich zeig euch die Waffen ich muss hier weg was sagt ihr ich will die Waffen sehen folgt mir ich will die Waffen sehen